Grundsätzlich macht Laufbämmfreien am meisten Spaß. Auf allem in der kalten Jahreszeit im Winter kann so ein Laufband eine richtig gute Trainingsalternative sein. Und was das richtig Tolle daran ist, man kann seine Sporttour meistens mit den modernen Laufbändern verbinden und kann dort seine Trainingsbereiche sehr gut hineinhalten. Die Laufbänder bieten meistens verschiedene Streckenprofile an, man kann unterschiedliche Intervallprogramme abrufen und somit kann man ein Trainingsprogramm sehr kurzweilig gestalten. Und so ein Wintertraining auf dem Laufband ist hocheffektiv und macht auch richtig viel Spaß.